Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und wie ihr seht, ich habe es mir eingetan, ich habe Jojo Charles gekauft und wir werden das jetzt mal ein bisschen spielen. Ich denke, dass wir es bis zum Ende spielen werden, also jetzt nicht in diesem Video, in mehreren Teilen. Die meisten kennen wahrscheinlich schon das Ende, ich kenne auch schon das Ende und sowas, ich weiß, wie das Game so an sich weitergeht. Und trotzdem, auch wenn ich weiß, wie die ganzen Storys sind und wie es am Ende endet, auch wenn ich das weiß, trotzdem habe ich gedacht, okay, das kaufst du dir einfach mal und spielst es trotzdem und nimmst es für YouTube auf, auch wenn die meisten das eh schon kennen. Aber egal, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange rum, wir starten ein neues Spiel. Ich bin so großartig, so viele Freunde, und sogar mein eigenes Junge sind noch da draußen. Wenn jemand das Ding aufbauen kann, dann ist es du. Es wird die größte Attraktion, die die Stadt gesehen haben, und du kannst ein altes Junge helfen. Ja, ich bin auf den Docken, in der Sonne. Ich hoffe, dass du bereitst, um ein bisschen Monster-Hunt zu machen. So... Ja, Herr, sie nennen ihn Charles. Half train, half giga-spider aus der Hölle. Wir planen seine Demise für ein paar Zeit. Und haben fast alles in Ordnung. Nur ein paar Leute zu treffen. Plätze zu sehen. Symbol Ereins, du weißt. Ja, Herr, willkommen in Ereinerim. Die Islanden, wo die Miner schreien ihre eigenen Gräse. Okay, so. Okay, ihr seht, dass mein Windscreen nicht ganz so gut ist. Beziehungsweise die Belichtung. Aber ich konnte es leider nicht besser machen. Wenn ich hier das Hauptlicht anmache, was ich sonst auch noch habe, bin ich erstens überbelichtet und zweitens ist viel mehr ausgeschnitten, wie ihr seht. Ich lass es so. Äh, müssen wir mit ihm jetzt reden? Ja. Ja. Fortfahren. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Achso, ähm. Und nebenbei würde ich auch noch sagen, dass dieses Game von einer Person entwickelt wurde. Was ich schon ziemlich krass finde. Weil allein jetzt schon, ich kenne das ganze Game. Ich kenne es bis zum Ende und sowas. Das Game ist sehr, sehr gut. Dafür, dass es eine einzige Person gemacht hat. Gut, sie hat zwischendurch vielleicht mal Hilfe gehabt. Mit Sicherheit mal. Aber, ähm, das meiste hat der Typ alleine gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, grafisch ist es nice. Story ist bis jetzt schon nice. Schöne Voice-Over und äh, generell eine schöne Game-Idee. Und, äh, ja, wir machen jetzt mal weiter kurz. Schöne Voice-Over. Schöne Voice-Over. Nicht zu worry, wir können immer noch einen Weg in finden. Es ist eine kleine Schaak auf dem Weg, die eine Karte hat. Geh das Bild, ich habe nur die Location auf dem. Schöne, ob die Karte da ist. Und ich schaue noch etwas mehr hier. So, auf M müsste die Karte sein, genau. Natürlich weiß ich schon, wo ich hin muss. Das hätte ich vorher schon gewusst. Das heißt, ich hätte mit dem Typen gefühlt gar nicht reden müssen. Aber musste ich ja jetzt. Für die Story. So, und zwar ist hier oben da drin der Schlüssel. Und wir gönnen uns direkt mal den Schlüssel. Um dein Inventar gesammelte Gegenstände anzuzeigen, drücke I. Warnhof-Schlüssel. Haben wir bis jetzt. Dann gehen wir doch wieder nach unten, schließen die Tür auf. Damit wir unseren schönen Zug, wie wir gerade schon gesehen haben. Und hier ist... Hab ich doch gerade gemacht. Schaut euch diesen schönen Zug an. Ich meine, ja, ist er rostig oder so? Äh, nicht oder so. Er ist zwar rostig und so, aber er tut's. Mit einer Waffe drauf. Die wir auf jeden Fall brauchen werden. Ich denke mal, wir müssen mit ihm reden. Hey, 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 hey. Das ist, was ich spreche. Sie ist ein Oldie, aber ein Goodie. Ich gehe inspektieren. Das ist eine gute Idee. Gehen wir doch mal rein. Wir haben eine Waffe. Vormittags gar nicht durchzulesen. Damit kommst du auf der Insel schneller voran. Ja, ja. Cool. Ich weiß es halt. So, wir können hier... Die Zuggesundheit haben wir hier. Er macht uns also zwischendurch sehr, sehr gut Schaden. Das weiß ich. Müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Dann können wir hier den Zug generell... Aber heißt das nochmal. Verbessern mit Tempo, Schaden und Panzerung. Gas, Bremse, rückwärts. Waffe. Wie komm ich hier wieder raus? Ich hätte vielleicht gerade durchlesen sollen. Ah, mit Escape. Ich wollte gerade Escape drücken, um zu gucken, welche Einstellungen es sind. Aber es ist einfach Escape. Okay, alles klar. Der Typ, ne? Ja, solange alles funktioniert. Ach gut. Ich würde sagen... Waren wir rein! Ich muss mich jetzt schon vorbereiten. Ja, okay. Das habe ich aus der Seine nichts gemacht. Ja, das wissen wir, dass er stirbt. Ja, das war's mit dem... Wie auch immer er ausgesprochen wird. Eugen? Das ist nicht so, wie wir es sind. Ich dachte, wir können immer noch die alten Zeiten finden. Ja, Herr. Eben. 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 Du musst mehr machen als ich dachte, aber... Ich habe keine Zeit, um zu erklären. Eben. 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 li. Eben. Eben. Und das war's mit unserem guten Kollegen. Und falls sich einer fragt, ob man das irgendwie ändern kann. Ob ich jetzt irgendeinen Fehler gemacht habe oder so. Nein, ich habe keinen Fehler gemacht. Der stirbt am Anfang. Du kannst da nichts gegen ändern. Der stirbt wirklich. Das gehört zum Spiel so. Wir müssen auf jeden Fall mal kurz auf die Karte gehen, denn wir haben einige Missionen, die wir machen müssen. Unter anderem auch optionale Missionen. Wir haben auch hier eine Weiche, die wir einstellen müssen, damit wir links oder rechts fahren können. Wir fahren aber jetzt erstmal zu den erforderlichen Missionen, beziehungsweise wir fahren erstmal hier entlang. Ja, genau. Wir fahren geradeaus. Wir müssen nachher noch die Weiche stellen. Habe ich eigentlich Schaden genommen? Ah ja, habe ich. Aber ich habe keinen Schrott dafür. Wir müssen noch ein bisschen auf die Sounds achten, ob der Charles kommt oder nicht. Weil der greift uns sehr, sehr gerne an. Woran kommt die gleiche Weiche? Hier, okay. Kleines bisschen noch. Oh, stimmt. Das habe ich ja voll vergessen. Hier war ja noch ein Lagerfeier. So, hier müsste noch ein bisschen Schrott rumliegen. Oder halt auch nicht. Ah doch, hier. Erstmal Schrott gesammelt. Ich muss zwischendurch meine Rolllade wieder hoch machen. Die geht nämlich runter. Wenn die runter geht, ist der Gynske noch schlimmer. Also ich nutze gerade das Tageslicht. Um weniger... Oh, wow. Das habe ich einfach übersehen. Um weniger Strom zu verbrauchen generell überhaupt. Let's go. Wir haben es glaube ich nicht mehr so weit. Ja. Nicht mehr so weit, da sind wir da. An der Weiche. Da ist sie. Wir bremsen schon mal. Der Zug braucht lange, bis er gestehen bleibt. Ja, okay. Bisschen zu früh. Schilder weisen auf bevorstehende Gleisabzweigungen hin. Das Licht an der Abzweigung zeigt die Richtung der Gleise an. Halte deinen Zug an. Und er interagiere mit dem Hebel am Boden, um die Richtung zu ändern. Achso, das ist gerade mal die Brücke hier. Okay. Jetzt aber schnell. So, hier können wir noch ein bisschen looten. Hier haben wir noch eine Kiste. Hier ist noch ein bisschen Schrott drin. Gönnen wir uns natürlich direkt. Das ist sehr gut für uns. Damit wir unsere Sachen upgraden können. Jetzt gehen wir mal hier hin, weil wir wollen tatsächlich rechts fahren. Sind wir hier ängstlich was ändern? Nee, ne? Ich weiß gar nicht, wie wir die Weiche überhaupt noch umstellen können. So viel Dreck, wie da drin ist? Naja, okay. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht noch von Charles angegriffen werden. Das war nur ein normaler Geräusch. Vom Zug, glaube ich, oder? Ja. Denn, was ihr vielleicht nicht glaubt, Charles läuft die ganze Zeit hier rum. Also, tatsächlich spawnt er nicht einfach irgendwann zu uns und verfolgt uns. Sondern er läuft die ganze Zeit über die Map und sucht uns und läuft hier rum. Genau. Also, er ist die ganze Zeit auf der Map. Also, es ist ganz random, ob er uns angreift oder nicht. Das heißt, ja. Es ist hier nichts gescriptet oder so. Mal kommt der erst nach zwei Stunden. Wenn du, mal kommt er relativ schnell am Anfang. Wie auch immer. Ist das schon eine Mission? Ah, das ist so eine Option. Na, eine Mission. Hey. Lass mich raus. Danke. Okay. So. Zu. Liegt da irgendwo Schrott oder nicht? Nö? Okay. Ähm. Hä? Nicht doof? Ja, ich bin doof. Habe ich die Person übersehen oder was? Null. Warte mal. Habe ich gerade Schrott? Ich übersehe das Schrott bestimmt. Ah, ja, moin. Die Person steht da und ich sehe sie einfach nicht. Stimmt, das ist diese Frau. Ja, Lull. Eugene hat uns gesagt, dass wir bald einen Neukomern haben. Ich glaube, das wäre du. Eugene, genau so wird er ausgesprochen. Es gibt ein paar Schrapp-Metal in der Balcony-Rumme meiner Hausie, die du könntest nutzen, um aufzuhalten und aufzuhalten deinen Trainern. Hier ist die Schlüssel. Ja, und zwar gibt es hier auch noch Leute, die diese Eier beschütten. Das werden wir demnächst noch erfahren, wenn wir die Eier klauen sollen. Das meinte auch der Eugene, auch mit den Eiern, äh, findet die Eier. Ah, ich muss jetzt erstmal kurz den ganzen Schrott aufheben. Ähm, weil das tatsächlich schon sehr wichtig ist. Und, ja, hier haben wir ein Zettel. Wir haben wirklich, warte, was? Wir haben wirklich geduldig gewartet, aber die letzten Tage waren, wie soll ich sagen, chaotisch. Charles wird immer aggressiver und ich weiß nicht, wie viele von uns noch übrig sein werden, wenn Hilfe eintrifft. Viel Glück, Eugene, wir jetzt zählen auf dich. Ja, wenn die wüssten, dass der gar nicht mehr existiert. Sondern wir das jetzt hier alles machen müssen. Ja, gut, okay. Okay, so, dann haben wir diese Missionen abgehakt, haben ein bisschen Schrott. Wie viel haben wir denn jetzt? 24. Ähm, ich glaube, wir gehen mal hier hin. Wir machen erstmal unsere Gesundheit voll. Kaufen mal hier von was, hier von was und hier von was. Ich lasse immer ein bisschen Schrott übrig, weil wenn er uns eingreift, müssen wir uns danach wieder reparieren. Oder wäre zumindest sehr gut. Das können wir uns auch direkt wieder. Oder kommt er doch? Oder ist er doch schon ziemlich nah? Wollen wir direkt mal mehr Panzerungen rein? So, dann müsste jetzt gleich hier noch die Mission sein. Ah, die kommen hier. Ja, die drei Missionen, das ist eine Waffenmission, das ist eine vordere Mission, das ist eine optionale Mission. Wir machen trotzdem alle drei, auch wenn das eine eine optionale Option ist. Egal. Hier kriegen wir halt viel Schrott von. Das weiß ich. Genau deswegen, ähm, ja. Genau deswegen machen wir die Mission. Okay, schon in die Züge gucken. Da müssen wir gleich hin, an die Chests. Aber das, was ich schon mal sehe, nehme ich schon mal mit. Hier ist nochmal was. Okay. Ist das Haus? Hier ist das Haus. So. Look, kid. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. One of orange goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. I got some locked picks, but I don't know how to use them. Here, take them. If you can get that chest open, you'll earn my respect. I might just give you some scraps to help improve your train. Ja. Genau deswegen. Jetzt auch nochmal ein bisschen was. Nehmen wir direkt mit. Und, äh, ja, mal gucken, wie wir die, die, die Chest aufmachen. Ich glaube mit Escape oder so. Ah, ne, ich muss einfach nur linke. Ah, okay. Ah, scheiße. Ah. Warte. Ich muss mich ja gerade ganz konzentrieren. Ah. So, um meine Missionen abzuschließen. Jo, das wollte ich sowieso machen. Ähm. Aber da lass ich mal gucken. Müsste noch ein bisschen Schrott rumliegen eigentlich. Irgendwo noch. Irgendwo hier müsste noch... Aha. Da liegt noch Schrott. Ah. Ach so, ähm, dieses Video wird ja noch am 24. rauskommen, denke ich. Auf jeden Fall, äh, frohe Weihnachten euch allen. Ähm, ich, ich, ich hoffe, ihr habt schöne Geschenke bekommen. Ihr könnt mich ja gerne mal, wenn ihr noch bis hierhin schaut überhaupt, ähm, euch gerne, äh, gönne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so geschenkt bekommen habt. Ich, äh, ich hab einiges geschenkt bekommen, aber nicht an, äh, Weihnachten. Ich bekomme wahrscheinlich, äh, Kleinigkeiten heute, was zu essen oder so. Und vielleicht, vielleicht Geld oder was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, nix Großes mehr, nix Teures mehr. Und, ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Falls ihr noch bis hierhin schaut. Also, wenn ihr dann, wenn jemand schreibt, was ihr zu Weihnachten bekommen habt, dann weiß ich, wenn einer von euch schreibt, was ihr zu Weihnachten bekommen habt, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, wo, bis wohin derjenige geguckt hat. Ähm, ja, genau. Ihr seht auch gerade, ich nehme schon knapp 19 Minuten auf, aber wir machen noch ein bisschen weiter. Ähm, wir wenden jetzt mal die Mission hier. Ich glaube, eigentlich wollte ich gucken, wie viel wir jetzt haben. 43 und wir haben noch ein paar Dietricher. Die wir auf jeden Fall noch brauchen werden. Ich glaube, sonst, ja, wenn ich irgendwas übersehen habe an Schrott, dann ist es halt so. So, wir werden auf jeden Fall noch den Zug jetzt ein bisschen, auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen höher machen. Das hier auf jeden Fall, repariert ist der hier ganz. Komm, dann machen wir das nochmal durch. Dann haben wir das, okay. Dann fahren wir mal weiter zur nächsten Mission, die hier ist. Die erforderliche Mission. Eigentlich müssten wir jetzt direkt wieder bremsen. Ich bringe mal aus dem Zug raus. Die ist direkt Schrott. Da sitzt die Dame. Wir gucken kurz noch ein bisschen nach Schrott. Es gibt ja auch eine Mission, wo du Papiere aufsammeln musst. Achso, ich muss da klicken. Das ist kein ordentlicher Hunt, mind you. Wir glauben, dass es ein Weg gibt, um Charles zu kommen, um ein Mortal-Battle zu kommen. Das ist das, was wir schützt, um Charles zu kommen. Ja, und das ist die erste, das erste Ei, was wir sammeln müssen. Äh, ja, genau. Das ist natürlich schon mal ganz praktisch. Das Game geht halt nicht lange. Man hat es relativ schnell durchgespielt, muss ich leider ehrlich sagen. Was schade ist, weil ich hätte jetzt gerne, auch wenn es das Game insgesamt sechs Stunden gehen würde, ich würde es trotzdem noch spielen, weil es an sich echt gut gemacht wurde. Hier ist dann die Dings-Mission schon. Ja, okay, dort steigen wir direkt aus. Wir haben bis jetzt noch keinen Grundsuch von den Charles bekommen, außer in der Anfangsszene, aber das ist ja immer so. So, hier war jetzt schon, was wir machen müssen. Ich habe einen kleinen Flamethrer gemacht, als eine Änderung zu meinem Spidertrain-Hom-Defense-Plan. Aber, wie Sie sehen können, hat das etwas zurückgezogen. Ich weiß natürlich schon ganz genau, was wir machen müssen. Und zwar ist hier oben ein Wassertank und Schrott, den wir aufdrehen müssen. Und schwupp, haben wir es gelöscht. Wir gucken mal noch kurz nach Schrott. Hier ist noch ein bisschen was. Hier ist auch noch einer. Auch nicht in die Dinger laufen, die machen mir Schaden. Okay, perfekt. Gut. Dann gehen wir mal wieder runter. So, aha, wir haben noch Schrott hier. Das war es dann aber auch. Okay. Sonst noch irgendwo hier? Ist doch mit Sicherheit nochmal ein Schrottding oder so. Ah, keine Ahnung. Genau von meiner Fresse, der Digga, und ich sehe es nicht. So. Hier vielleicht noch? Hier an seiner Hütte? Ja, genau. Perfekt. Okay. Gut, dann... Ähm... Gehen wir mal wieder in unseren Zug. Und... Noch haben wir nichts von Charles gehört. Noch. Aber irgendwann wird es so sein, dass er uns angreift. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Flammenwerfer, den wir benutzen können. Ähm, ich gucke mal hier. Das hier macht natürlich mehr Schaden als der Flammenwerfer. Und genau aus dem Grund lasse ich auch die Waffe drauf. Aber wir können dann rein theoretisch während der Fahrt drauf rüber wechseln. Was manchmal sehr gut sein könnte. Was nehmen wir denn lieber? Ähm, ich glaube, wir nehmen lieber Panzerung. Weil der kann uns ziemlich... Ziemlich viel Schaden halt hinzufügen. Der Typ. Ähm, und... Ja. Wir haben auch eine Hupe. Ich sehe ihn auch nicht. Also ich sehe ihn nirgendwo. Kein Mucks von ihm. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal mit der ersten Folge. Chuchu Charles. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert hier den Kanal, falls ihr das tatsächlich noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst es euch gerne wissen, wie euch das Game gefällt. Ob ich es wirklich bis zu einem Ende aufleben soll oder nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Haut rein. Und ciao. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Abonniert diesen Kanal, für den Support. Abonniert diesen Kanal, klickt auf das letzte Kack-Video. Abonniert diesen Kanal, LOL.